Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 21.12.21. Und ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns das Ganze natürlich gleich nochmal an. In drei Tagen ist Weihnachten. Ich bin soweit gespannt, was wir noch alles so erhalten werden. Wobei, bevor wir uns den Shop anschauen, Freunde, bevor wir uns das spoilern lassen, gehen wir uns unser Geschenk erstmal abholen wahr. Aber gucken wir mal, was hier heute drin ist. Ist klein, ich denke mal nicht, dass da was jetzt super krasses drin sein sollte. Aber wir schauen einfach mal rein. Let's do them go. Was haben wir heute am Start? Alles klar, nur ein Banner. Schade Marmelade. Nehmen wir aber so mit. Dann gehen wir hier in den Item-Shop und schauen, was heute reingekommen ist. Let's go. Was ist da? So, die Matrix-Sachen sind da. Ansonsten sind ein paar Weihnachts-Skins zurück. Ein Halloween-Skin ist zurück auf komisch. Und im täglichen Bereich sind nur wiederkehrende Sachen. So, dann fangen wir im täglichen Bereich an. Wir haben hier auf jeden Fall vier Emotes, zwei Skins. Fangen wir mal mit den Emotes an. Wir haben auf jeden Fall Pizza Party am Start nach 32 Tagen. Dann haben wir Wirbelwind nach 30 Tagen wieder da. Dann haben wir einmal albernes Hüpfen nach 32 Tagen zurück. Nach 76 Tagen haben wir Seiso da. Und dann haben wir hier nochmal zwei Skins. Einmal Arktika nach 30 Tagen und nach 33 Tagen Fenix. Dann geht es einmal weiter hier nach oben. Und zwar Putzlinchen. Ist jetzt nicht der coolste Skin, sage ich euch so, wie es ist. Optisch gefällt er mir gefühlt gar nicht. Ist nach 351 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir die helle Leuchte am Start. Das ist nach 360 Tagen wieder am Start. An sich ist ein cooler Skin, sage ich euch, wie es ist. Mal was Extravagantes, Cooles. Hat auch natürlich passend dazu eine Spitzsacke, wie ihr sehen könnt. Und nochmal ein Gleiter Winterwunsch. 500 V-Bucks. Nehmen wir auch so mit. Dann geht es einmal hier rüber. Und zwar haben wir hier Coke Skelet am Start nach 49 Tagen. Dann gehen wir hier rüber zur Athletischen Assassinen. Die ist auch basic halt nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Inklusive Pompomprügler. Dann geht es einmal hier nach oben. Und zwar haben wir das erste Teil von dem Matrix Set. Und zwar haben wir hier einmal den Matrix Emote in Slow-Mo nach hinten lehnen und den Kugeln ausweichen. Dann haben wir nochmal Trinity Tritt. Wie ihr sehen könnt, hier ist eine Sonnenbrille automatisch obendrauf. Und ein Kick in Slow-Mo plus das Matrix Nullen- und Einsensystem. Da was da runter und hoch geht als eine Waffenlackierung. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich sage mal, so kann man gerne mitnehmen. Ich hoffe, dass auf jeden Fall da noch ein paar Matrix Skins rauskommen. Ich denke, das wird auf jeden Fall passieren. Soviel dann aber auch schon hier mit dem Shop-Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne mal einen Daumen. Darf ich es nicht so über den Glocke aktivieren. Ich war nochmal raus. Heute geht mit dem FlyerFraps und ciao.